Hallo und herzlich willkommen zu Workstation Pro TV, Ihrem Programm rund ums Thema Workstations. Mein Name ist Thomas Küchler. Ich möchte Ihnen heute die mobile Workstation Celsius H760 von Fuyizu vorstellen, in der die sechste Generation der E-Prozessoren und die fünfte Generation der Xeon E3-Prozessoren verbaut ist. Fuyizu hat für seine neuen Workstations auch nur die neuste Technologie verbaut und das Ergebnis ist in diesem Falle die mobile Workstation H760 und die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Hier oben sieht man die 2 Megapixel Webcam, eingerahmt von zwei kleinen Öffnungen für die Mikrofone. Das Display hat eine Full HD 1920x1080 Auflösung. Es ist aber auch ein UHD Display möglich. Als Grafikkarte kann zwischen der Nvidia M600M M1000M oder M2000M gewählt werden. Hier sind die Lautsprecher eingelassen und hier haben wir den Power-Schalter, den WLAN-Schalter und den Eco-Schalter. Wir haben einen separaten Lum-Block und eine große Tastatur mit einer Hintergrundbeleuchtung. Hier das Touchpad und hier eine biometrische Sicherheitslösung mit einem Venen-Muster-Scan, genannt PalmSecure. PalmSecure ist 100 Mal sicherer als Fingerprint, denn 5 Millionen Punkte vom Venen-Muster einer lebendigen Hand werden per Infrarot abgetastet und mit dem hinterlegten Muster verglichen. Das dient zur Preboot und Windows-Authentifizierung. Auf der rechten Seite sehen wir hier vorne das optische Laufwerk. Hier hinten ist noch ein USB 2.0 Anschluss und ein Security-Log für ein Kensington-Schloss. So, auf der linken Seite sehen wir hier vorne einen Audio-Ausgang, dann den Audio-Eingang, einen SD-Multi-Card-Reader für SD-HC und SD-XC, darüber einen Smart-Card-Reader, zwei USB 3.0-Schnittstellen, eine Thunderbolt-Schnittstelle, einen Display-Port-Ausgang, einen VGA-Ausgang, der bei vielen Mobile Workstations fehlt, hier eine Standard RJ45 Ethernet-Schnittstelle und den Power-Connector. Auf der Rückseite sind keine Anschlüsse mehr vorhanden, lediglich hier ist die Entlüftungsöffnung für die Kühllösung. Wir schauen uns einmal die Rückseite des Gerätes an, beginnend hier oben. Hier ist eine Öffnung, durch die man die Kühlrippen reinigen kann. Des Weiteren lässt sich dort ein Filter einsetzen, der dann natürlich auch durch diese Öffnung ausgetauscht werden kann. Hier hinten befindet sich der Akku. Der Akku ist leicht herausnehmbar. Wieder einzusetzen, hier sehen wir den Anschluss für die Dockingstation. Fujitsu hat also insgesamt acht unterschiedliche Notebooks, Ultrabooks, Convertibles und Mobile Workstations, die nun schon in der zweiten Generation weiterhin mit dem gleichen Port Replicator kompatibel sind. Das heißt also, die haben ein sehr, sehr gutes Dockingkonzept und das senkt auf jeden Fall die Kosten. Sie müssen nicht jedes Mal ein neues Gerät kaufen. Unter dieser Klappe hier befinden sich zwei der insgesamt vier Speichermodule. Sie sehen, man kann es fast werkzeuglos öffnen, man braucht lediglich einen etwas spitzeren Gegenstand. Insgesamt lässt sich das Gerät mit 64 GB DDR4 RAM bestücken. Dort ist eine Festplatte verbaut. Es stehen verschiedene HDD, SSHD oder SSD zur Wahl. Es sind aber auch M.2 SSD mit NVMe und SATA und SATA RAID 0 und 1 möglich. Und wenn man auf das optische Laufwerk verzichtet, was sich hier leicht ausbauen lässt, kann man auch noch einen weiteren Akku verbauen. Und zum Schluss noch ein paar interessante Punkte. Die hier verwendeten Hardwarekomponenten sind natürlich ideal aufeinander und auf die später verwendete Software abgestimmt. Es gibt verschiedene CPUs und verschiedene Grafikkarten mit bis zu 4 GB RAM, die man wählen kann. Die neuste WLAN- und Bluetooth-Technik ist ab Werk verbaut. Und ein LTE-WLAN-Modul ist natürlich auch wählbar. Die Softwarekompatibilität wird im Rahmen einer ISV-Zertifizierung sichergestellt. Das heißt, die mobile Workstation wird mit Anwendungen wie Autodesk, PTC, Siemens, PLM und vielem mehr getestet. Qualität made in Germany eben. Damit eignet sich die Celsius H760 besonders gut für den Einsatz in den Bereichen Fotobearbeitung, einfache Konstruktion mit CAD-Programmen und Präsentation von Projekten vor Ort beim Kunden. Und zum Schluss noch ein Tipp. Bei Workstation Pro gibt es für die Fujitsu Workstations standardmäßig eine 3 Jahre Vor-Ort-Garantie, die Sie aber problemlos auf 5 Jahre erweitern können. An dieser Stelle möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und schauen Sie doch auch gerne in unsere anderen Produktvideos hier auf unserem YouTube-Channel rein.